Hier bei Rezo, der macht jeden Beat so nass. Das reimt sich auf Rezo? Ja, Deepfro. Rezo, Deepfro, das reimt sich doch nass. Ja, und außerdem ist ihr Gesicht da so gar nicht perfekt. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir auf ein Video reagieren von Rezo. Rezo hat einen Song mit Katja gebastelt. Aus ihren Videos. Ja, meine Nase juckt, deswegen mach ich. Ja. Es wird ein sehr kurzes Video. Und es gibt natürlich ein ganzes Video, wie die das noch gebastelt haben und so. Aber ich reagiere jetzt persönlich nur auf den Song. Bei der Rezo eigentlich selbsterklärend ist es, ne? Hup, hup, hup. Ich versuche jetzt mit dieser komischen Nase deutlich zu sprechen. Nach Deutsch. Und ich würde sagen, fangen wir an. Rezo, streik mich nicht für meine rote Nase. Und ich würde sagen, legen wir los. Auf. Achso, ich kenne das Literatur. Man sieht Katja und halt eben die einzelnen Schnipsel, die sie reingebaut haben. Und rechts oder links sieht man immer Frauen, die tanzen. Die tanzen. Tanzen. Tanzen ist was Tolles. Zwei Wochen ohne Sex geht gar nicht. Hat die gerade gesagt, zwei Wochen ohne Sex geht gar nicht. Was ist, wenn sie Single ist? Geht gar nicht. Seit wann hatte Katja mal pinke Haare? Achso, kann ich ja gar nicht wissen. Ich gucke ja ihre Videos nicht. Und wenn es euch gefällt, Socke. Es ist, es ist so simpel. Leute feiern mich nicht nur, weil ich Spänze lutsche, Alter. War. Sie feiern mich, weil ich einen Fick gebe. Auch richtig. Alter. Oh mein Gott. Mich zu abonnieren. Nein, thanks. Wir alle wissen. Genau. Abonniert mich, ne? Na ja, zum kleinen Kopf, nur nicht alle wollen, das erzählen. Ich verstehe. Leute, die denken, ich müke und bin nicht ein Gewinn und so. Aber ich hatte gestern vierer. Yo, was geht ab? Ja, hier ist Katja. Hab den Bass programmiert und gerastert. Basta. Hier bei Rezo, der macht jeden Beat so nice. Was freit sich auf Rezo? Ja, Deepfro. Rezo, Deepfro, das reimt sich doch nicht. Ja, und also ist ihr Gesicht auch so gar nicht perfekt. Ich bin hier gerade einfach so angekommen. Und bei diesem Track bin ich direkt so übelst lang gekommen. Weil der Track ist so geil und der Sound ist so nice. Wieso mach doch mal die Hook, alle wollen diesen Scheiß. Nicht. Verfickst du Kamagotchi, Alter. Sli. Tschüss. Sag mal, hat die gerade zu dem Lied mitgesungen? Das sah gerade voll so aus. Look at this fucking face. Pitchy, Pitchy, Pum, Pum, Pum. Einfach ficken. Sah so aus. Zeig auf, ohne Sex geht's gar nicht. Schick, Bick, 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 Bick. Dir geht's gar nicht. Tschüss. Tschüss. Und da war es ja gerade nicht so wirklich perfekt. Aber Katja, wenn du das siehst, ich diene nur zur Unterhaltung. Wenn du das siehst, grüßt sie ihn raus. Und Riesel, wenn du das aussiehst, dann strike mich nicht, please. Denk an die rote Nase. Hab ich extra für mich aufgesetzt. Ich fand den Beat ganz gut. Ich hab's gesehen und hab mir gedacht, so, dieses Duo sieht man nicht wirklich oft. Und vor allem Katja war auch so begeistert. Und am Ende fand ich es gut, dass sie so vier Zeilen gerappt hat mit Riesel. Aber Riesel und Dickfro haben sich nicht gereimt. Aber schau es drauf. Schaff mir 40 Likes. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann weiß ich auch, was ihr von mir wollt. Reaktionen, TikTok, keine Ahnung, Fortnite. Abonniert und aktiviert die Glocke für me. Und die Rottung, die Winterzeit, die macht mich fertig. Abonniert und aktiviert die Glocke und werdet automatisch zu einem Teil der SantiBio Z-Army. Tschüss. Und jetzt zum Moonwork. Tschüss.